Mehrkopf Das Spiel zu viert Nehmen Sie zuerst die folgenden Karten aus dem Spiel. Alle 4 Sechser, alle 4 Preussen, alle 4 Schönen und alle 4 Gefreiten. Anschließend mischen Sie die verbliebenen Karten gut durch. Ihr rechter Nachbar darf nun abheben. Danach verteilen Sie alle Karten jeweils in 4er Blöcken an alle Spieler bis jeder 8 Karten hat. Nun darf der Spieler links von Ihnen eine Spielansage machen und die eigentliche Spielrunde beginnt. Mehrkopf This is a Cardiff. This is a Cardiff. die 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 die